Über 1000 Migranten in Hamburg haben den Aufbau eines Kalifats gefordert, sprich die Herrschaft der Scharia in Deutschland. AfD-Chefin Alice Weidel reagiert mit einer Knallhart-Ansage und auch Elon Musk hat sich wieder eingeschaltet. Bei uns erfahren sie die neuesten Entwicklungen, außerdem erfahren sie, wie diese Kalifat-Dämon Hamburg jetzt als rechtsextrem geframed werden soll. Das ist der Brennpunkt des Tages. Jetzt geht's los. Am heutigen Tag wird nicht nur über die Kalifat-Demo in Hamburg debattiert, sondern es ist auch der Auftakt für einen Riesenprozess gegen die vermeintlichen Reichsbürger-Putschisten rund um Prinz Reus. Und zwar in Stuttgart-Stammheim, also dort, wo einst auch die Rote Armee-Fraktion vor Gericht stand. Und Nancy Faeser hat diese Gruppe rund um Prinz Reus als eine der gefährlichsten Terrororganisationen in der Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet. Bei mir im Studio, Dr. Stefanie Elderser. Steffi, wenn man sich anschaut, auf der einen Seite so eine kleine Gruppe nicht mehr ganz so fitter Leute, man sagt ja auch Rollator-Putsch, die sich das Reich zurücksehen. Auf der anderen Seite über 1000 sehr fitte migrantische Männer, die in Hamburg das Kalifat fordern. Ja, da stellt sich schon die Frage, welche Gruppe ist denn jetzt wirklich gefährlicher? Ja, ich meine, das sind Salafisten, das wissen wir, musliminteraktiv sind Salafisten. Und wo ist da der Haldenwang, wo ist da der Verfassungsschutz? Weil sie hier ganz offen unsere demokratische Grundordnung tatsächlich zerstören wollen und durch ein Kalifat ersetzen wollen. Demgegenüber rücken sie an mit einem Spezialkommando gegen ein paar Rentner. Das ist alles eine unglaubliche Frechheit, also da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Ja, und Bilder sagen wir als Worte, deshalb hier ein paar Eindrücke vom Samstag in Hamburg. Und die Menschen für diesen Koran aufrufen werden. Dass ich mich für die Umsetzung und Praktizierung des gesamten Koran in allen Lebensbereichen einsetzen werde. Dass ich den Koran als Führung für mein Leben nehmen werde. Dass ich den Koran nicht den Rücken kehren werde. Dass ich mich den Seiten des Koran in den Weg stellen werde. Ja, so sah das Ganze aus und hier hat man es nochmal im Bild. Kalifat ist die Lösung, steht da auf Plakaten, die wirklich nicht nur einmal hochgehalten worden sind, sondern auf der gesamten Demonstration. Also das war eigentlich das Motto der Demonstration, kann man sagen, das Inoffizielle. Und du hast den Verein genannt, der hinter dieser Demo steht, musliminteraktiv. Der Witz ist ja, dass die Altparteien die Chance gehabt hätten, diese Demo zu verbieten. Nämlich indem sie einem Verbotsverfahren gegen diesen Verein zugestimmt hätten in der Hamburger Bürgerschaft. Aber der Antrag dafür wurde von einer Mehrheit der Leute dort abgelehnt. Nämlich von einer Mehrheit aus Grünen und SPD. Deswegen tragen die Altparteien ganz klar die Schuld für diese Zustände. Der Antrag wurde eingebracht von der CDU, aber die ist natürlich auch mitschuldig, weil wir wissen alle, Merkel hat die Grenzen aufgerissen. Und die CDU wirbt ja auch mancherorts mit Arabisch auf Wahlplakaten. Das heißt, die Parteien spekulieren ja damit, dass die Migranten irgendwann eine große demokratische Macht haben bei Wahlen und versuchen jetzt schon diese Gruppen gezielt auch anzusprechen mit der Wahlwerbung und so weiter und so fort. Und natürlich auch, indem sie deren Interessen bedienen. Ja, das fing aber schon 1999 an mit dem Doppelpass, da habe ich mal nachgeschaut. Weil anders ist das nicht zu erklären, es sei denn mit Masochismus. Und wie gesagt, wir sind tolerant, wir sind ein säkularer Staat. Religion und Staat sind ganz klar voneinander getrennt. Und Religion hat überhaupt keine politische Bedeutung hier. Die können gerne Kalifat machen, aber bitte ganz privat oder in ihren eigenen Ländern, aber nicht auf deutschem Boden. Ja, das ist unmöglich. Und ich habe da mal geschaut mit dem Doppelpass. Das war 1999, auch unter Rot-Grün, wurde vorangetrieben. Roland Koch, der damalige Ministerpräsident von Hessen, hat die Wahlen gewonnen, indem er sich dagegen gestemmt hat. Nein, zum Doppelpass. Und laut Innenministerium wohnten hier im Land im Jahr 2020, aktuellere Zahlen stehen heute da nicht auf der Homepage des Bundesinnenministeriums, 5,6 Millionen Moslems. 1999 waren es etwas weniger, etwa die Hälfte. Und da hat Rot-Grün ausgerechnet, dass 80 Prozent der Moslems eben SPD oder Grüne wählen würden, die CDU, die konservativen Parteien eher weniger. Also sie sehen einfach auch in den muslimischen Mitbürgern ein riesen Wählerpotenzial. Aber meiner Meinung nach ist das falsch kalkuliert, weil irgendwann werden sie ihre eigene islamistische Partei aufmachen und die dann auch wählen. Ja, und dann verlieren sie diese Wähler auch. Ja, wir können mal reinhören in eine weitere Rede vom Samstag. Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Heimte vorausgeschickt haben, zur Rechtschätzung gezogen. Das rechtgeleitete Kalifat! Ja, also sie sagen ja ganz offen, was sie wollen. Und er spricht davon, dass die Karten neu gemischt werden. Was heißt das übersetzt? Das ist eigentlich der Bevölkerungsaustausch. Ja, die Gruppen werden neu gemischt. Es gibt eine fremde ethnische Mehrheit und diese ethnische Mehrheit wird sich durchsetzen, indem sie, wie du gesagt hast, dann eigene Sprachrohre schafft, eine eigene Partei vielleicht. All das wurde ja schon in diversen Science-Fiction-Romanen vorausgenommen, zum Beispiel von Hülbeck. Unterwerfung, wo es dann auch die islamische Partei gibt, die an die Macht kommt und Frankreich unterwerfen will. Und das sind natürlich Szenarien, die gar nicht mehr so weit entfernt in der Zukunft liegen. Also das kann uns schon in einigen Jahren erwarten, dass es dann eben solche Kräfte gibt und die dann extrem erfolgreich sind. Das glaube ich weniger. Die sind sich auch untereinander überhaupt nicht einig. Ich habe dann mal nachgeschaut. Also dieses Muslim Interaktiv gehört zu, ganz schwer auszusprechen, wo habe ich es denn? Und diese Organisation ist sogar in den meisten arabischen Ländern und in den Ländern des Nahen Ostens verboten, mit Ausnahme des Libanon, Jemen und der Vereinigten Arabischen Emirate. Und das Verbot in den meisten arabischen Ländern wird damit begründet, dass sie die bestehenden Herrschaftsordnungen infrage stellen. Also wenn sie diesen Mogo wie in Hamburg dann in ihren arabischen Heimatländern machen würden gegen den entsprechenden Regenten, gegen den König dort und so weiter und den zum Beispiel anschreien würden, wir wollen jetzt alles anders haben, wir wollen es jetzt so haben, wie wir wollen, die werden ganz schnell erledigt. Ja, aber hier halt nicht, das ist das Problem. Also hier ist ja alles möglich offenbar. Und gut, die Flaschen von unseren Altparteien lassen solche Demos zu. Ja, also Fäser hat zwar gesagt, sie findet das schwer erträglich, aber gut, was wird sie jetzt für Maßnahmen ergreifen, um das einzudämmen? Vermutlich genauso viel wie die letzten Jahre, nämlich gar nichts. Nein, und diese Demo hätte verboten werden müssen und die Polizei hätte diese Demo spätestens bei diesen Hassaufrufen auflösen müssen. Also aus meiner Sicht ist es zwingend notwendig gewesen, aber gut, für das System war es wohl auch einfacher, wirklich unbescholtene Bürger zusammen zu knüppeln und mit Wasserwerfern zu traktieren angesichts der friedlichen Corona-Demos. Also da sieht man auch wieder diese Unverhältnismäßigkeit. Auch hier nochmal ein Post des Innenministeriums. Eine solche Islamistendemonstration auf unseren Straßen zu denen ist schwer erträglich. Es ist gut, dass die Hamburger Polizei mit einem Großaufgebot Straftaten entgegengewirkt hat. Ja, doch gar nicht gemacht. Es ist Heuchelei und dann gibt es solche Spaßvögel wie zum Beispiel Omid Nuripur, der hat jetzt als Konsequenz gefordert, das islamische Zentrum in Hamburg dicht zu machen, weil das sei ja, Zitat, ein Spionagennest der iranischen Mullahs. Aber du hast es schon angesprochen, man muss da ein bisschen differenzieren, weil die iranischen Mullahs und die Leute, die da am Samstag demonstriert haben, das sind Todfeinde. Das eine sind nämlich Sunniten, das andere Schiiten. Das heißt, Nuripur versucht jetzt hier so geopolitische Spielchen zu spielen, weil Innenpolitik ist diesen Leuten natürlich völlig egal. Also die Grünen sitzen ja in ihren Latte Macchiato Biomarkt-Kiezen und kriegen von solchen Kundgebungen überhaupt nichts mit. Die versuchen da gleich wieder geopolitisch irgendwie Kapital draus zu schlagen und gleich einen Angriff gegen den Iran zu starten. Genau. Und Nuripur von den Grünen will hier die Falschen verbieten. Und genau, dieser islamische Zentrum in Hamburg ist ja ganz moderat und der Todfeind der Salafisten und Schiiten. Und Nuripur als Exil-Iraner ist natürlich auch ein Feind des jetzigen Iran. Und entweder ist er da ungebildet oder blöde oder er verfolgt auch geopolitische Interessen gegen den Iran. Ganz genau. Ja, das habe ich vorhin erwähnt, die CDU wirbt mit Arabisch und wir haben ja noch ein sehr schönes Beispiel von der SPD, die zeigt, wie die Altparteien mittlerweile drauf sind. Also so sieht dann die knallharte Leitkultur aus, mit der man sowas eindämmen will. Alice Weidel hat sich zu Wort gemeldet auf Facebook. Im Deutschland der AfD würden wir nicht über ein Kalifat, Einbürgerungsturbos und das Versagen der Ampel, CDU oder Fäser diskutieren, sondern über Grenzschutz und Abschiebungen. Richtig, ja. Also hier eine knallharte Ansage. Und das Interessante ist, es gab eine kleine, ja Korrespondenz ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine spannende Reaktion von Musk, der offenbar die Vorgänge in Deutschland sehr genau im Blick hat. Er hat ja schon reagiert auf die Ausbürgerung von Martin Sellner und auch auf den Prozess gegen Höcke. Ja, er beobachtet die deutsche Politik sehr genau und das gefällt mir gut und die Alice Weidel lädt ihn ja hier ein. Genau, also Elon Musk schreibt hier auf Englisch, sicher ist es illegal, den Sturz der Regierung in Deutschland zu fordern. Also er meint damit, es müsste eigentlich verboten sein, solche Szenerien. Und Alice Weidel reagiert, indem sie sagt, das ist nur eine von vielen bedenklichen Entwicklungen in Deutschland. Fühlen Sie sich eingeladen, zu mir ins Büro zu kommen, nach Berlin, dann können wir über so etwas im Detail diskutieren. Naja, wenn der Elon Musk das nächste Mal seine Verbrück besucht, da in Grünheide, kann er ja auch mal kurz nach Berlin fahren, ist ja nicht so weit weg. Genau, ist nicht weit weg. Und wir können jetzt noch mal reinhauen in eine unfassbare Interpretation der Tagesschau. Und zwar wird da folgendes gesagt, diese Kalifat-Demo wird dann wirklich als rechtsextrem geframed. Nach einer Islamisten-Kundgebung in Hamburg haben die Bundestagsfraktionen härtere Maßnahmen gefordert. Innenministerin Faeser sprach sich für unverzügliches, hartes Handeln aus. Am Wochenende hatten rund 1000 Menschen die Einführung eines Kalifats in Deutschland gefordert und die Politik als islamfeindlich kritisiert. Die Organisatoren stehen einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Gruppe nah. Stehen einer vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremistischen Gruppe nah. Das muss man sich mal vorstellen. Mit dieser Gruppe ist Muslim Interaktiv gemeint. Das ist jetzt auch eine Nazi-Vereinigung. Also mittlerweile ist ja alles rechtsextrem, was irgendwie ein bisschen gruselig aussieht. Das ist unfassbar. Das ist der Sprecher von Muslim Interaktiv. Wollte ich noch kurz drüber sprechen, weil das ist eine ganz interessante Figur. Boateng heißt der, wie der Fußballspieler. Und zwar wurde der von der Hamburger Lokalzeitung bezeichnet als islamistischer Popstar sozusagen. Der ist nämlich auf TikTok sehr groß. Und ich habe mal reingeschaut in die Videos. Ich war ehrlich gesagt überrascht, weil ich habe einen islamistischen Hetzer mit Schaum vom Mund erwartet. Aber in diesen Videos, da kommt er erstaunlicherweise total eloquent, total smart rüber. Und ich habe mich sogar dabei ertappt, Steffi, wie ich vieles von dem, was er gesagt hat, gar nicht so falsch fand. Also er sagt da zum Beispiel, der westliche Liberalismus, der zerstört die traditionellen Geschlechterrollen. Also sprich, diese ganze Vogue-Kultur, diese ganze Genderwahn wird von ihm kritisiert. Und dann sagt er auch, dass der westliche Liberalismus Traditionen zerstört, Werte kaputt macht, Identität kaputt macht. Auch das ist ja nicht falsch. Er kritisiert die Bundesregierung dafür, dass es sich israelische Interessen auf die Flagge schreibt. Der einzige Haken an der Sache ist halt, dass es ohne den westlichen Liberalismus, den er da ständig kritisiert, ja gar keine islamische Kultur in Deutschland gäbe. Weil der Islam hier einfach keine Wurzeln hat. Der Islam ist ja nicht beheimatet. Der Islam wurde hier reingespült durch diese Politik der Weltoffenheit und Grenzenlosigkeit. Und jetzt wollen diese Leute hier einen Scharia-Staat errichten auf deutschem Boden. Das gehört hier nicht hin. Ein Kalifat hat hier auf deutschem Boden nichts verloren, weil es hier einfach keine Heimat hat. Die können das meinetwegen in ihrer Heimat machen, weil da hat das ganze Wurzeln. Das wäre der identitäre Ansatz, aber nicht hier in Deutschland, wo das ein Fremdkörper ist. Es ist ein Fremdkörper. Ja, aber auch aus christlicher Sicht gibt es zwei Geschlechter. Und aus christlicher Sicht ist man auch gegen diesen ganzen Vogue-Wahnsinn und Schwachsinn und Gender-Schwachsinn und so weiter. Ich meine, ich komme ja aus christlichen Verhältnissen. Mein Großvater war evangelischer Pfarrer. Und ich höre doch die Kirchenglocken lieber als den Ruf des Muezzin. Kirchenglocken haben wenigstens was von Industrial, etwas von so einstürzenden Neubauten. Und das ist, dazu fühle ich mich doch meiner eigenen Kultur näher. Und auch aus den christlichen Traditionen heraus kann man sich gegen, sagen wir mal, diese Perversitäten des westlichen Liberalismus stellen. Das hat jetzt eigentlich überhaupt nichts mit dem Stand zu tun. Vielleicht ist das der Grund, deswegen habe ich es erwähnt, weswegen das jetzt als rechtsextremistisch gebrannt wird. Also vielleicht, weil es sich gegen Woke Kultur richtet oder so, ist es automatisch rechtsextremistisch. Das wäre ein Erklärungsansatz. Ja, weil sie in dieser Hinsicht eben auch konservativ sind. Ja, in der Hinsicht schon. Auf jeden Fall, liebe Zuschauer, werden wir das Ganze weiter im Blick behalten. Und natürlich auch darüber berichten, wenn Elon Musk die Einladung von Alice Weidel annimmt und ihr einen kleinen Besuch abstattet im Bundestag. Das wäre natürlich sehr interessant. Kommentieren Sie gerne wieder mit, verbreiten Sie gerne dieses Video weiter. Und da diese Szenen müssen unbedingt gesehen werden von möglichst vielen Leuten, weil die Mainstream-Medien schweigen größtenteils drüber. Das war der Brennpunkt des Tages. Der nächste folgt dann morgen Abend wieder um 20 Uhr in alter Frische. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.